Zunächst einmal, die Ereignisse von gestern sind uns allen nahegegangen, mir persönlich auch. Ich finde es wichtig, am Anfang festzustellen, es ist gestern niemand zu Schaden gekommen. Am Morgen danach stellen sich natürlich Fragen. Die eine Frage, kurz gesagt, war es richtig, das Länderspiel anzusetzen. Die andere Frage, kurz gesagt, war es richtig, das Länderspiel abzusagen. Persönlich beantworte ich beide Fragen mit einem klaren Ja. Vielleicht gestatten Sie folgenden allgemeinen Eindruck. Das, was ich von diesen Informationen zur Kenntnis erlangt habe, hat mich persönlich überzeugt, dass es richtig war, dieses Spiel abzusagen. Denn wenn es konkrete Hinweise gibt, wenn es ein konkret beschreibbares Risiko gibt, dann muss der Schutz von Menschenleben Vorrang haben.